Wir haben genug Beschäftigte, die 30 Jahre und mehr Schicht gearbeitet haben und die sind einfach kaputt. Und die aus dem Unternehmen rauszukriegen, das Gejammerer der Arbeitgeber ist ja immer so, die Alten, wir kriegen sie nicht raus und dann reden wir von Altersteilzeit und dann wollen sie nicht mitspielen. Also irgendwie verstehe ich sie nicht.